Nicht hinstarren! Ist schon gut, Alter. Ich würde mich auch anstarren. Ermutige ihn nicht noch. Mano! Und Sie hier! Och! Warum hauen Sie mich denn? Ihr Vortrag war todeslangweilig und jetzt ist genug gespielt. Das wusste ich gar nicht, sonst hätte ich mich doch schon längst... Warum schlagen Sie mich? Blasphemie! Oh Gott! Okay, ist ja gut! Kann! Ach echt, Sie können zählen! Okay, ist ja gut! Das glaube ich noch nicht! Also es war folgendermaßen...